So, jetzt starren wir das Haus an. Boah, da ist er aber exakt gezielt, hör mal. Krass. Shut the fuck up. Nur dass ich Geld gemacht hab. Hahahaha. Ich hoffe, die haben genug Pferde mit, damit sie die Leichen alle wegschleppen können. Ne, nur unsere Leiche. Ach so, nur unsere Leiche. Ja, ja. Alle anderen sind uns scheißegal. Die haben ja echt einen Friedhof dafür. Ach, siehst du. Ach, die Sprachenreinigung, die macht das. Ja. Ich find das so süß, dass er immer Tagebuch schreibt. Wölfchen. Zeit zum Zeichnen hat er auch immer. Oh, ein paar Tote hat er auch gemalt. Schön. Schön. Das sind Erinnerungsstücke, die wir immer haben. Ach, sie ist da gestorben. Ja, okay. Ah, das legendäre Hirschchen. Äh, Pflanzen. Äh, FF. Keine Ahnung. Da ist auch ein Fingerabdruck auf der Seite links, ne? Ja, ich glaub, das ist aber nicht beabsichtigt. Es war einfach nur Dreck. Ja, aber es ist schön, solche Details auch mal random zu finden. Moonshine. Da hat er sich richtig Mühe gegeben, die Bottle zu zeichnen. Oh, und das ist auch hübsch. Das ist auch hübsch. Noch ein Wolf. Ach, das war ja der Wolf von vorhin. Noch ein Wolf. Ah ja, der Wolf. Ja. Ein Vogel. Ach, hübsch, ein Pferd. Da hat er aber noch geübt, die waren noch nicht so. Ah, der Zirkus. Ja, ja. Da ist schon wieder ein Fängerabdruck. Oh, oh, hier was. Todes Tier. Schön. Ich nehm's mehr und mehr mein Stil beim Schießen an, muss ich sagen. Bäm, bäm, bäm. Was hab ich da auch für ne Waffe, Alter? Was ist das? Ich sag ja, du hast von der besten gelernt. Was hab ich da auch für ne Wagen treffen? Noch mal den Wagen treffen. Nochmal den Wagen treffen. Hüb, 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 hüb. Danke für das, Freund. Gerne. Tschüss, gues. Nimm's von den Reichen. Oh. Ja. Ja, komm. Ja. Sah schön aus, doch? Nimm, komm. Kussini, komm schon. Hahaha. Und schon wieder In Newt verloren. Nicht schlimm. Unendlich. Hahaha. Und Kopfgeld. Wer hat gerade noch null? Wenn ihr dieses Lied erkannt habt, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Reicht mal, wie der mich gefolgt hat. Hallo. Guten Tag. Oh, ne verdammt hab ich. So. Können wir uns auch mal was? Sehniges Fleisch. Da kau ich am liebsten drauf rum. So. Äh, falsche Map-Taste. Mhm. Jo. Ach ja, wir sind gesucht, deswegen haben wir keine Marker, wo was ist. Ja, ist ja gleich. 65 Kopfgeld. 65, sei doch bloß. Versprungübungen, zum Auflockern. Ich würd' mal sagen, hier gibt's an unserem Kopfgeld. Ja. Du hast so viele Verbrechen begangen, dass die Stadt abgeriegelt wurde. Es werden zusätzlich Patrouillen eingesetzt. Du kannst keine hiesigen Geschäfte mehr benutzen. Das war doch bloß ein Verbrechen, mein Gott. Abzutatschen. So schnell kann's gehen. Oh, wir WILD sind auf und dann haben wir uns vergessen. Mhm. Ja. Gerade noch Hilfe würde. So schnell kann's gehen. Good girl. Naja, keiner ist perfekt, ne? Spricht nur für dich selber. Ich bin richtig, alle anderen sind falsch. Jajajaja Dass ich den Typen befreit hab, war meine Befreiheit. Oder so. Mhm, 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 mhm. Leute, ich hab schlechte Nachrichten, wir müssen umziehen. Ganz schön diese hier. Aber erstmal was essen. Hm? Naja, mach ich. Oh, shit. Der hatte ja ne Frau. Wer hatte ne Frau? Ja, das ist ihn. Der Sean. Achso. Der gestorben ist bei dem... Joa. Also ist die jetzt frei, meinste, oder? Ja. Ha, ha, ha. Ach, lass doch nicht das Essen fallen. Hast du das gesehen, Jack? Ja. Wo ist mein gedeiote Sohn? Wo ist er? Wo ist mein Sohn? Das ist die Mutter. Sie haben ihn, oder? Sie haben meinen Sohn. Wer hat ihn? Ich glaube, die Braithwaite-Werin hat ihn. Ich glaube, sie haben ihn. Sie haben ihn wie Braithwaite-Werin. Wo ist mein Sohn? Wenn ja was... Wo ist mein Sohn, Dutch Van Derlen? Wir werden ihn wiederholfen. Wir werden ihn wiederholfen. Ist das dieser komische Junge, der nicht äh... angeln konnte? Wir haben nur ein... Achso. Stimmt. Stimmt. Deshalb wollen wir's zurück. Ist das Einzige. Nicht ganz, aber wir haben nur ein Kind, das in diesem Camp ist. Deswegen... Es gibt kein anderes. Ich weiß. Ich habe auch schon gehört. Ich habe auch schon über Sean gehört. Ich will nicht mehr über das jetzt denken. Wir müssen auf Jack fokussieren. Wir halten aber diesmal viele mit. Die mögen ihn nach wahrscheinlich alle. Ja. Die Jagd ist schön. Wir gehen auf die... Ein freilaufendes Jungtier. Okay. Wir müssen mal... Wir müssen in die Menge erschießen. Ja. Ich habe es nicht zu tun. Aber ich glaube nicht, dass es kein Gold gibt. Oder wenn es gibt, ist es irgendwo, wo niemand weiß. Was? Ich habe... Ich habe... ... drei Sten. Christ's sake, Hosea. Nach allem... ... eine perfekte Skale. Wir haben sie unterestimiert. Nein. Sie haben uns unterestimiert. Nein. Nein. Die haben uns unterschätzt. Ja. Es ist kein Punkt, in der darüber zu sprechen, wie wir hier sind. Das ist, wo wir sind. Und wir werden es fixieren. Also, komm mal! Oh, wir sind schon da. Get your heads right. Nobody makes a move until I say so. Hat sich ja gelohnt, die Kino-Kamada. Okay. Okay. Schon mal ankündigen, dass wir da sind. Ja. Müssen wir uns ja mal... Naja. Brauche ich noch irgendeine andere Waffe? Ich denke, du hast genug. Oder auch nicht. Brauchen wir mehr Munition für die Masch... äh... Waffe. Ja. Und das da... Mal wechseln. Die da. Dann müssen wir erst das Kopfgeld bezahlen. Dann kannst du auch wieder Waffen kaufen. Geht mir nicht um den... Yes, aber... Na ganz kurz, bevor wir anfangen, ne? Naja, klar, klar. Die Zeit muss sein. Genau. Arthur? Ja, ich komm ja schon. Ja. Wir mussten erst ein bisschen putzen. Arthur? 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 We can't do this without you! Ja, das ist gut. Mein Gott, äh... Wir haben ein bisschen freiwillig. Hahaha. Klammer nicht. Du bist sicher, du bist okay? Wie gesagt. Ich bin gut. Folle meine Klinik. BASUIDEN. WIEHEN BASUIDEN. BASUIDEN. DACHEN. 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 Das sieht wir. Wir wollen unser Blach zurück. Erst wenn wir das Kind haben. Obwohl ich sagen muss, die haben schon stark noch auftritt. Das habe ich nicht kommen sehen, dass Dutch einfach drauf los schießt. Das sieht man aus. 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 Ja. 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 Jack, kannst du mich hören? Jack, bist du hier drin? Ich glaube, du hängst in den Möbel fest. Und... Toll. Abgeschlossen. Wir kommen nicht weiter. Oh Mist. Ah! Guck mal. End hin. Jack? Oh Shit! Affenkopf. Schießt doch nicht einfach so hoch. Ja, mein. Ich kann nicht rennen. Ganz ehrlich, wer das vorbei ist, lass uns entscheiden. Ja, echt mal. Ja, Arsar, wir holen uns hier. Wir haben mehr kommen. Arsar, raus! Wir haben diese Tür geöffnet. Ja. Wir werden mich entschuldigen. Ich bin nahe. Ich hoffe, du bist... mein gott ist das scheiße ist unfair der ist aufgestanden die halbe nachbarschaft zusammen getrommelt das sind halt die ganzen farmer ne alle auf dem feldern so viel loot ach soo da drüben au ich hab mich erst mal zwei mal durch die türen schicken lassen ja po 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 ha ha we have lived in this house for a hundred and twenty years we never had no problem except for where is the boy who took him you killed my sons oh and i will surely kill the rest of them unless you start talking oh i know your time common scum how many sons did you have so many okay okay die idee hatte kalle schon vor fünf minuten das hatten wir schon an dass ich das haus betrieben hat ne vielleicht zündest du die an wenn du rausgegangen bist guter punkt gut stand da auch nicht als anweisung kann ich verstehen ja es war irreführend vom spiel das sehe ich schon ein echt mal okay auf ein neuf vielleicht kannst du oben schon eine hinwerfen ach guck mal ach der ging so riesig ach der ging so riesig ach 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 hübsche erinnerung ja so viel zeit muss sein obwohl der nicht wirklich hübscher ist ja hübsches feuer romantisch ich hoffe die haben vorher geguckt ob der sohn nicht noch drin ist bestimmt nicht wird schon wir haben den wieder zurückgebracht ich dachte die gesöhne sind tot ja renn wieder rein alte naja die ganzen söhne sind gestorben ihre ganzen zwanzig dreißig stück ja und der andere teil hat den jungen noch irgendwo aufs schiff gebracht ne ne der die der ihre leute hat ja den jungen an den typen aus sein denis verkauft achso oder geschenkt oder keine ahnung geschenkt gegeben verkauft ist alles das gleiche das ist ich habe nicht gedacht dass du das verstehen aber ich habe nie mehr zufrieden von dir als ich jetzt bin schluss du machst das richtig wenn ich nicht den jungen zurückgebracht ich... sie wird uns alle ich weiß aber nach dem logisch dieser jungen ist gut sie hat ihn zu schäuern niemand nimmt einen jungen für ihn er ist gut jungen was du denkst arthur der jungen wird gut aber natürlich marston schluss schluss wir haben alle diese Leute wir haben alle diese Probleme für nichts nein 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 nicht für nichts für für leben wir bekommen den jungen zurück und gehen 信 mir hey dutch wir haben ein Problem nicht ein Problem Besucher eine Lösung guten Tag fine Herr Wanderlund Herr Huppgerollismus ja Herr Matthews ich glaube und wer bist du? Ripp Van Winkle Huh guten Tag Herr Agent Milton Pinkerton Agent Ross Ah Herr Morgan Nice to see you again and to what do we owe the pleasure Agent Moron I don't know if you're aware but this this is a civilized land now we didn't kill all them savages only to allow the likes of you to act like human dignity and basic decency was outmoded or not yet invented this thing it's done this place ain't no such thing as civilized it's man so in love with greed he has forgotten himself and found only appetites and as a consequence that that's you what you please kill whom you please and hang the rest of us who made you the messiah to these lost souls you've led so horribly astray i'm nothing but a seeker mister milton you ain't much of anything more than a killer mister van der linde but i came to make a deal it's time you come with me and i give the rest of you three days to run off disappear and go and live like human beings someplace else you came for me risk life and limb in this den of lowlifes and murderers so that they might live and love ain't that fine i don't want to kill all these folk dutch just you in that case it'd be my honor to join you excuse me friends i have an appointment to keep with you're making a big mistake all of you you're making a big mistake all of you yeah dreadful we have got something something to live and die for how great horn that's also for warrant that he's with fifteen people wiederkommt. Umzug, Umzug. Endlich mal ein richtiges Haus. Ein paar Tage ist es all we need. Es ist ein Spot aus von Shady Bell. Lenny und ich haben das Gespräch mit den vorherigen Besuchern. Lennie. Du und Arthur. Wir müssen sicher, dass niemand mehr in den Weg ist. Lenny, du gehst die von hier aus. Wir müssen sicher, dass sie weg sind. John, wir kommen Jack zurück. Und wir gehen. Der Rest von euch, du gehst. Komm schon, John. Das ist verrückt. Ich bin sicher, aber wir brauchen einen neuen Spot, Arthur. Fülle mich. Ich weiß den Weg. Folg mir. Ich kann den Weg. Es wird alles gut, John. Ich sollte nach Jacken gehen. Wir werden. Aber wir müssen alle zuerst bewegen, bevor der Melton zurückkommt. Hey, warte auf! Oh, Mann. Kann das nicht mal ein bisschen beeilen? Nein. Nein. So, du sagst. Wir haben keinen Spaß mit Jacken in der Jäule. Oder am Ende einer Räule. Ich weiß gar nicht, was... Wer ist da? Oder vor einem Baum reiten. Ich kenne den Weg. Hm, hm, hm. Nein. Komm, eine Minute. Schaff ich nicht. Nein. 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 Ich habe nur noch eine Minute. Na ja, ich bin genommen 40 Sekunden. Baum. 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 Wenn man's eilig hat. Ja, ich bin. Ja, ich bin. So. You were saying? It's Dutch, playing his games. Hosea, too. Getting involved with those two families? Master Kahn, man. What can they imagine? Okay, du bist... Haha.